Hallo, jetzt sind wir wieder da, wir machen russisch wie Olet, was machen wir ja da? Russisch wie Olet machen wir, an der Grenze wie ja hier, dann hab ich ein Dumpfwerk im Jahr, in Betrieb noch mehr, ja. Russisch wie Olet ja hier ist an der Grenze sicher, das kann ich dir sagen, ja. Russisch wie Olet machen wir ja, an der Grenze steht das ja, ein Atomhoferke ja, das bricht doch alle Rekorde ja, los, die Löcher sind schon da, Russisch wie Olet spielen wir, an der Grenze wie da hier, und ich kann dir sagen, ja, Russisch wie Olet machen wir, ach ja, an der Grenze ja, wir haben ja ein Sankofag und das Blöckige Port, ach ja, alles haben wir, um Badon geschauft, ach ja, dass gar nichts funktioniert kann, ja, das ist Russisch wie Olet, ja, ja, wenn man es einschaltet ist doch klar, ähm, 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 notbasierte da, Russisch wie Olet, ja, ja, haben wir an der Grenze ja, wenn man es einschaltet ja, ja, das ist doch, ist doch klar, können wir gleich eins sagen, ja, ja, ich stelle den Gelenk auch wirklich vor, keiner wird beklagen, ja, jeder wird verstrahlt, ach ja, jeder liegt herum, ach ja, und dann sagt die Politiker, ach ja, Atomhoferke, ja, ist nicht klar, wirklich wahr, warum haben wir es ja nicht, abgedreht, ach ja, 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 warum, warum denn nicht, Kusch, es will, jo, nötig, ach ja, Peter und doch, wenn sie, ja, das ist wahr, das wissen wir, wie geht Russisch so Olet, ach ja, nimmst du eine Pistole, ja, gibst eine Kugel rein, nach ja, dann drehst du ein paar Mal rum, nach ja, und dann drückst du ab, dann explodiert die Schachtel, ja, dann blüßt es vorbei, ja, ja, hat's vergessen, ja, lacht ja, dunkelfluggefluggen, ja, ist es ja ein Ossucker, ja, ha ha ha.